Ralf, Mayer, Wilmes und ich waren Ende Mai, Anfang Juni auf der LearnTech in Karlsruhe und haben dort den TechSmith-Stand betreut. Wir haben dabei festgestellt, dass doch viele Standbesucher einige wirklich sehr schöne Feature von Snagit nicht kannten. Eins will ich jetzt vorstellen, das sogenannte Smart Move. Man geht einfach oben in der Werkzeugleiste auf Verschieben und wählt dann rechts auf der Seite Smart Move aus. Dann kann man hier noch mit einem Schieberegler die Details einstellen. Ich gehe mal da einfach ein bisschen höher, da muss das Programm noch mal kurz berechnen und ich möchte jetzt den Anmelde-Button hier unten an eine andere Stelle schieben. Dazu wähle ich ihn aus. Ich nehme einfach hier so einen Auswahlrahmen und wähle dann das Element und ziehe es an die neue Stelle, lasse los. Und in dem Moment wird der Hintergrund automatisch aufgefüllt. Eine sehr schöne Sache, wenn man zum Beispiel noch Sachen bezüglich eines UI besprechen muss oder einfache Elemente auch irgendwo halt verschieben kann, direkt in einem normalen Bild. Das Dronex Oh On Nach Dronex Want Und wir